Fantastisch! Ich muss das Viech erst füttern, d.h. ich muss erst Getreide pflanzen, das ist natürlich scheiße. Oh, mein lieber Freund! Komm her, komm her, komm her, komm her! Also nicht du jetzt, das Skelett! Mein Gott, ey, diese scheiß Skelette, die haben echt so ne Power! Oh, was, was ist das? Ist kaputt. Wo ist die Hacke? Da ist die Hacke. Ach, ich mach's am Wasser, was mach ich denn hier? Ich hasse Höhen ohne Scheiß, in dieser Version, ich hasse Höhen so der Wasser. Also. Ja, die Steuerung ist halt katastrophal manchmal. Hast du grad dein Bettgriff bereit? Hast du grad mal den Bettgriff bereit? Ja, ne, aber weniger, warte mal, ich buddel mich mal eben ein. Ich will nichts riskieren. Ich lege drin, gib Gas. Ja, ich muss mich mal eben einbrüllen, ich hab keinen Bock hier zu sterben. Ja, wenn du schläfst, kommt auch keine Monster. Ja, die können, die kommen schon, die greifen dich da nicht an, die stehen dann vor dem Bett. Komm Junge! Was machst du? Klar kommen die dann da hin, die stehen dann da und machen dich kalt, wenn du aufwachst. Ja, ja. Ist auch nichts mitgewonnen. So. So, wackeln. Ist das denn hier so dunkel eigentlich? Ich brauch mal Wasser. Ich muss ja schon ein bisschen weiter runter gehen. Das heißt, ich muss es... Bitte? Ich muss es ja schon riskieren, hier in die Höhle reinzugehen, wenn ich hier was finde. Ja. Ich pflanze jetzt hier einfach mal Getreide an, ob wir es jetzt wirklich brauchen, ist egal. Aber dann kann man vielleicht gleich mal wirklich so ein Gaul zähmen und damit müssen rumreiten. Naja. Ich muss mal um... 40 Samen. Warum das Bunieren hier? Ach, Karte weggeworfen ist auch immer gut, der Klassiker. Na, Kohle. Kohle, Eisen, aber... Komm nicht weiter nach unten, das ist das Problem. Warum? Ja, die Höhle will nicht weiter nach unten gehen. Ach so. Ist das doch blöd. Hätte ich mal das scheiß Pferd mitgebracht, letztes Mal ist nicht getötet. Knochen brauchen wir auch irgendwie, ne? Für irgendwas, oder? Ja, für den Hund, aber... Nee, weil dann hole ich mir mal eben bisschen Knochenmehl. Ah, das gibt's nicht, das war... War tatsächlich nix hier mit der Höhle. Ein Schuss in den Ofen, doch zu sagen. Ich hab' gehofft, das würde hier irgendwie... Oh doch, hier ist noch... Warte mal, vielleicht hier noch? Ah doch, hier geht's noch runter, okay. Ja, irgendwie müssen wir ja Obsidian finden, ne? Wo ist ja wohl Knochenmehl? So. Nein, es geht schon wieder nicht weiter hier, wieder eine Sackgasse. Nein! Eine Sackgasse! Eine Sackgasse! Verdammt, da muss ich doch nach oben kommen! Schweinchen, verpiss dich vor meinem Feld! Da, 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 da! Da gibt's einen auf dem Sack, gibt's jetzt hier. So. Da ist schon ein bisschen was fertig. Zack, zack. Abgeerntet. Getreide. Gaul füttern. So. Steht da schon? Mann ey, muss wieder nach oben. Griffbereit. Und dann reite ich einfach mal einen Rund hier rum, so. Gucken, wie lange der mich jetzt hier abwirft. Oder sitze ich schon? Ne. Komm, lass mich drauf! Wie oft muss man das... Ah, das ist zufallen, ne, sagste? Ich glaube schon. Lass mich jetzt hier drauf, du Affe! Scheißgeoll. Hier schon mal? Komm, 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 komm! Mein Gott ey, wie lange soll das denn dauern? Ich will aufs Fährt! Beziehungsweise, ich will auf dem Pferd bleiben, verdammte Hacke. Oh! Ah, doch nicht in den Pferdestall, in den Hühnerstall, du Idiot! Na gut, kann er alleine wieder raus, cool. Ich glaube ich hab's, so. Ähm. Sattel. Rüstung. Und jetzt Kapelle. Diese Wüste ist relativ groß. Wie lange man noch mit dem Viech springen kann, ne? Sehr große Wüste. Oh, jetzt bin ich hier schon ins Loch gefallen. War ich denn hier schon mal? Ne, war ich noch nicht. War ich noch nicht. So, ich geh jetzt mal von uns aus gesehen ein bisschen nach rechts da. In die andere Richtung, wo wir eben waren. Gucke einfach mal vielleicht noch irgendwie in einem Laberteich oder so. In den Wüchten. Oh, ich hab vier Eier. Gehen wir zum Arzt! Da, 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 da! Da, 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 da. Der Vorteil ist ja nicht mit dem Gaul rumreiten, verlier ich glaube ich keinen Hunger, ne? Der Vorteil ist, ich finde nix. So, da in die Richtung reiten wir jetzt mal. Ich will einfach nur mal ne Höhle finden. Ach ne, ich darf ja nicht durchs Wasser, scheiße. Ich muss irgendwie hier dran lang. Ich hoffe, ich bin hier nicht auf ner Insel. Mit dem runzeligen Gaul, da klingt der halt so kaputt. Ah, was ist denn hier? Hier steht schon ne Fackel, das heißt hier war schon jemand. Ja, da war ich wahrscheinlich. Oder du. Da haben endlich mehr viele übrig, ne? So ist das. Nein, ich komm hier nicht durch. Kann das Pferd rückwärts laufen? Ja, kann es. Nein, kannst nicht, doch. Würde ich ja mal zu gerne sehen. Wie du da auf dem Pferd eierst. Komm springen, Junge! Spring! Gib alles! Ach, jetzt ist hier oben ein Blatt. Er hüpft über den, auf den Seerosen hüpft er immer noch das Wasser mit dem Pferd. Nee. Irgendwie nicht. Ich komm hier nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Ja, lauf doch! Ich hasse diese Bäume. Das ist doof, dass das ist. Warum kann Pferd ja nicht schwimmen? Was ist das für ne Sauerei? Echt können sie es ja, ne? Jetzt hängen wir hier fest, oder was? Echt? Ah, in der Höhle gefunden. Ja, warum sollte ein Pferd nicht schwimmen? Lauf! Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich glaub nicht, dass das ist... LOL! Was ist das denn hier? Ah, okay. Das ist noch ein kleiner Sch... Das ist noch eine kleine Ritze. So, hier ist doch jetzt mal... Ein bisschen flaches Land, da können wir ein bisschen Gas geben mit dem Kollegen. Nein! Sooo wollte ich das doch haben. Die letzte Folge von dem anderen war bei mir übrigens 25 Minuten, ne? Was? Die letzte... Die letzte... Also von dem, was wir gestern aufgenommen haben. Die letzte Folge. Ja, dann wird jede Folge anstatt 15 Minuten, 17 Minuten. Das war einfach. Na, ich hab's schon... Ich hab's schon fertig. Ja, das ist nix für meine Problem. 25 Minuten, nix für geht. Klar. Ja. Erste Folge 17 Minuten, zweite Folge 17 Minuten, dritte Folge 17 Minuten. Ich hab dir doch schon geschrieben 15. Warum machst du's denn danach anders so dem... Ich habe jede Folge... Ich habe die Folge noch gar nicht gerendert. Ich hab sogar bei 15 Minuten einen Schnitt gemacht. Aber wenn die eine Folge dann 17 ist, dann können wir's nicht so lassen. Das meine ich damit. Ja doch, ich hab's ja schon gerendert. Ja, dann renderst das eben nochmal. Dann ist halt eine Folge 25 Minuten, oder wir hängen das am Ende dran. Ist doch egal. Das geht nicht. Wir haben ja den zweiten Teil noch. Das passt schon. Wir können ja einfach mit der Aufnahme weitermachen, die wir jetzt haben. Stimmt. Dann häng ich die einfach hinten dran und mach dann wieder 15 Minuten... Oh, oh, Alter, mein Herz. Der feine Herr. Mein Herr... Ich war grad... Ich bin kurz vor... Kurz vor dem Herzinfarkt gewesen, ey. Mhm. Boah. In Loch eingefallen. Und in Wasser gelandet. Pff. Boah. Guck schon, ey. Gibt's hier nicht mal einen Lavasee? Diesmal nicht, Freunde. Diesmal nicht. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Letzt Mal hab ich ja einen gefunden. Ich hab keinen Schimmer, wo der gewesen ist. Boah. Leg mich am Arsch, ey. Irgendwo weiter unten, glaub ich. Davon muss ich mir das mal erholen, ja. Davon... Ich hab einen! Oh, lol. Riesen... Riesenschlucht. Riesenschlucht. Echt? Alter! Alter! Was ist denn hier los? Oh, ein Diamanten! He, he, he! Bruder komm zurück zum Dorf. Nein, das ist Lapislazuli. Äh, nicht Lapislazuli. Hier ist andere Mopedzeug hier. Das ist Maragd. Ja. Aber ist ja egal, wenn wir Diamanten... Ja, ich muss erstmal jetzt hier überleben. Ich komm hier nicht durch. Komm. Komm, 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 komm. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ich muss erstmal rausfinden, wo ich jetzt bin. Alter! Wie muss ich denn auf die Scheiße draufschlagen, damit die mal sterben? Das kann doch nicht wahr sein. Hier bin ich außerhalb der Karte. Das ist natürlich super. Die Frage ist, wie werde ich jemals an diesen Lavafluss vorbeikommen? Was? Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Das ist ja echt nicht mehr... Das ist ja nicht mehr normal. Was ist das für eine Landschaft hier? Ich muss, glaube, erstmal so in diese Richtung. Alter! Es ist ja eine der größten Höhlen, die ich je gesehen habe. Echt? Boah. Alter, da ist noch mehr! Richtig krank. Ja. Oh, oh. Das wird nicht gut enden. Hm. Boah, ist das hoch. Leg mich am Arsch! Leg mich am Arsch! Komm. Leg mich am Arsch! Das war, glaube ich, gar nicht so weit von zu Hause weg. Fällt mir grad mal auf. Komm. Hier ist das Kürbisfeld. Ach ja. Hier kennen wir uns doch aus. Jetzt hier links rüber und dann sind wir schon wieder zu Hause. War ich gar nicht so weit weg gerade. Boah, wie viel Wasser ist denn hier? Ja. Ja, hol dir doch einfach Obsidian und dann komm. Ja, bin dabei. Das Pferd ist irgendwie am Leggen. Was? Wie gesagt, das Pferd ist irgendwie am Leggen. Wie viel brauchen wir denn? Ich mach's Obsidian. Ja. Ich mach's Obsidian. Zwo. Ach, das mach ich denn hier in dem Fall. In dem Fall. In dem Fall. Acht. Neun oder so. Ne, mehr. Zwölf oder nicht? Drei. Ja. Aber gleich haben wir's. Ach, Sticks brauchen wir. Sag das doch. Sag das doch. Wir müssen gleich pennen übrigens. Ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Aber ich dachte wär's zu Hause. Da, 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 da. Ja, bin ich auch. Ja gut, ich kann auch ins Dinges gehen. Ist mir egal, aber. Habe ich das jetzt mitgenommen oder ist das... Ja, drei hab ich jetzt. Warte mal. Komm schon. Ach, jetzt bin ich auf dem scheiß Pferd. Nein. Ich muss das mal eben ein bisschen einzäunen hier. Ich hab irgendwie... Ich darf auch nicht verbrennen, der Scheiß. Hm? Komm mal auf, dass es klappt. Ja, ich bin dabei. Los. Ne, schon gut. Äh, mal eben. So. Ach, ich hab schon mal die falsche Hacke genommen, ey. Ach. Was machst du denn? Hast du dein Wettgriff bereit? Ich bin gar noch am abbauen. Warte. Am abbauen. Bauen. Bauen doch deine Platte hin. Ach, komm schon. Ich nicht im Bett, du kannst es auch. Ja, warte. Guten Nacht. Morgen. Ja. Wurde mal gucken. Ein paar brauche ich auf jeden Fall noch. Wir wollen ja auch noch den Verzauberungstisch bauen. Ja. Ja. Ein bisschen fehlt also noch. Was? Wofür? 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 Dann, dass es nicht klappt. Wahrscheinlich eine halbe Stunde drauf eingedroschen. Ja, das ist ja das Problem, ne. Du denkst nicht dran, du unterhältst dich noch und irgendwann denkst du dir so ... Warum passiert das eigentlich nicht? Warum baut sich das nicht ab, ne? auf die idee gekommen ist es zu spielen hat mir gestern jemand aus dem planer gesagt ich habe das schon mal gespielt gehabt vorher schon mal aufnehmen gesagt hast du doch freie kapazität auf aber dann ist natürlich das problem es ist ja kein clash mit direkt dass man wieder gedisliked und behältet bei der spiel eigentlich auch gar nicht nur so schlecht ist es halt relativ